Hallo Leute und willkommen zu meinem Review vom neuen Apple TV 4K und der neuen Fernbedienung. Beides habe ich jetzt über eine Woche lang ausführlich getestet und werde euch in diesem Video aus meiner Erfahrung berichten und euch alles erzählen, was ihr darüber wissen müsst. Im September 2017 wurde Apple TV 4K der ersten Generation vorgestellt. Seitdem ist schon viel Zeit vergangen und jetzt haben wir hier wieder ein neues Modell. Apple TV 4K der zweiten Generation und eben eine neue Fernbedienung. An den Speichergrößen sowie auch am Preis hat sich hier nichts verändert. Es gibt nach wie vor eine 32 GB Version für 199 Euro und eine 64 GB Version für 219 Euro, also mit 20 Euro Aufpreis. Rein optisch hat sich absolut nichts verändert. Das Gerät sieht noch exakt so aus wie das Vorgängermodell, da könnte man die beiden glatt verwechseln, aber ich denke man erkennt trotzdem, welches hier schon länger benutzt wurde. Die neue Fernbedienung ist übrigens keine exklusive Neuerung vom neuen Apple TV. Es ist zwar dort beigelegt, aber für ganze 65 Euro kann ich sie mir auch extra kaufen und dann auch mit Apple TV 4K der ersten Generation und Apple TV HD nutzen. Die Fernbedienung hat sich rein optisch, aber auch haptisch sehr deutlich verändert. Sie ist kantiger, wiegt mehr und ist deutlich dicker geworden. Normalerweise würden wir uns bei dem Gerät nicht darüber freuen, wenn es dicker und schwerer wird, aber der Fernbedienung steht das sehr gut, finde ich, denn jetzt fühlt sie sich einfach mehr nach einer Fernbedienung an und liegt auch besser in der Hand. Lässt sich angenehmer halten, vor allem aber auch angenehmer aufnehmen, wenn sie irgendwo liegt. Im Vergleich zum Vorgängermodell sehen wir auch, dass sie etwas länger geworden ist. Auch das, finde ich, trägt dazu bei, dass sie sich jetzt etwas angenehmer halten lässt. Also ich sage es nochmal, sie liegt einfach besser in der Hand und fühlt sich mehr nach einer Fernbedienung an. In der neuen Fernbedienung haben wir jetzt Bluetooth 5.0, im Vorgängermodell ist es 4.0 und nach wie vor unterstützt sie auch Infrarot und CEC. Das heißt, bei ein paar Dingen kann sie auch die Fernbedienung meines Fernsehers ersetzen, mehr dazu gleich. Auch gibt es hier Veränderungen bei den Tasten. Einerseits sind neue hinzugekommen, andererseits wurden welche verändert oder an einen anderen Ort verlegt. Aber das sehen wir uns jetzt alles mal in der Praxis genauer an. Ich habe jetzt rechts oben eine Power-Taste, um den Fernseher ein- und auszuschalten. Das gab es beim Vorgängermodell noch nicht. Genau genommen sendet dabei aber die Fernbedienung den Befehl an Apple TV und das leitet es dann über HDMI an den Fernseher weiter. Das heißt, solange Apple TV am Fernseher hängt, was ja wahrscheinlich immer der Fall sein wird, kann ich damit auch den Fernseher ein- und ausschalten. Auch wenn ich auf einem anderen HDMI-Kanal bin, das habe ich auch schon getestet. Aus Erfahrung kann ich da übrigens noch anmerken, bei meinem alten Sony-Fernseher haben diese Dinge nicht so zuverlässig funktioniert. Bei meinem neuen LG-Fernseher läuft das deutlich besser. Also eventuell hängt das auch vom Fernseher ab, wie gut das dann bei einem funktioniert. Es ist übrigens auch so, will ich den Fernseher einschalten, muss ich die Taste nur einmal kurz drücken. Will ich ihn ausschalten, reicht ein kurzes Drücken nicht aus. Dann heißt es, gedrückt halten, um alles auszuschalten. Komme ich also mal unabsichtlich an der Taste an, schaltet sich nicht gleich alles aus, sondern ich muss sie eben kurz gedrückt halten. Finde ich gut, dass an so etwas gedacht wurde. Wie auch beim Vorgängermodell lässt sich dann auch hier direkt die Lautstärke des Fernsehers regeln. Aber um den Fernseher stumm zu schalten, muss ich nicht mehr ganz runter auf 0 gehen, sondern habe jetzt dafür diesen neuen Mute-Button. Kann direkt über die Apple-TV-Fernbedienung den Fernseher stumm schalten. Ich finde, so etwas hat beim Vorgängermodell noch gefehlt. Dann haben wir jetzt hier die Siri-Taste auf der Seite, ähnlich wie beim iPhone die Seitentaste. Um mit Siri zu kommunizieren, muss ich die Taste gedrückt halten. Und solange ich sie gedrückt halte, so lange wird mir auch zugehört. Also ihr seht, ich stelle da jetzt eine Frage. Lasse die Taste aber noch nicht los und es passiert nichts. Und erst wenn ich sie loslasse, erst dann wird mir eine Anfrage verarbeitet. Etwas, was wir auch von iPhone, iPad oder Apple Watch kennen. Und das finde ich sehr praktisch, denn so kann ich mal eine kurze Sprech- oder Denkpause machen, ohne dass dann Siri ungewollt mir eine Anfrage verarbeitet. Die Menü-Taste hat jetzt ein neues Zeichen, nämlich so einen Pfeil nach links, aber die Funktion ist dieselbe. Das heißt, einmal drücken heißt, ich komme einen Schritt zurück. Und gedrückt halten heißt, ich komme, egal wo ich bin, immer zum Homescreen zurück. Eine der wichtigsten Neuerungen hier ist aber ganz klar, dass wir jetzt Richtungstasten haben, so wie beim Vor-Vorgängermodell der Fernbedienung. Aber wir haben auch vom Vorgängermodell diese Touch-Bedienung. Es ist hier beides enthalten und ich kann mir aussuchen, was ich nutzen möchte. Dabei ist die gesamte Fläche hier oben eine Touch-Fläche, also der komplette Kreis. Nicht so groß wie beim Vorgängermodell, aber ausreichend groß, finde ich. Ich selber habe schon einige Jahre Übung mit der Touch-Bedienung bei der Apple-TV-Fernbedienung. Für so eine Touch-Bedienung ist es trotzdem präzise, finde ich. Aber es ist natürlich nicht das gleiche wie so eine Tastenbedienung. Da kann ich nämlich wirklich besonders präzise navigieren. Und ich finde es gut, dass wir jetzt hier beides haben. Wer das aber nicht so haben möchte, kann in den Einstellungen unter Fernbedienungen und Geräte unter Clickpad einstellen, ob man klicken und berühren oder nur klicken haben möchte. Das bedeutet, so wird die Touch-Bedienung dann deaktiviert. Sie steht einem nicht mehr zur Verfügung. Ich kann dann also nur noch die richtigen Tasten nutzen, die Richtungstasten und die Taste in der Mitte. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was hier einem lieber ist. Aber wer jetzt nur diese neue Click-Funktion nutzen möchte und einem dann die Touch-Bedienung nebenbei nur stört, der kann das jetzt hier entsprechend einstellen. Ich persönlich nutze aktuell beides, denn ich finde, beides hat seine Vorteile. Während das Klicken zwar präziser, aber dafür langsamer ist, um dann zum Beispiel weiter unten in einer Liste hinzukommen, geht das mit der Touch-Bedienung wesentlich schneller. Also da kann ich mal so ganz schnell nach unten kommen und kann dann durch das Klicken vielleicht da unten etwas präziser navigieren. Also ich persönlich nutze gerne die Mischung aus beiden. Und dann haben wir hier eine Funktion, die uns sehr stark an das Click-Wheel von einem iPod erinnert. Ich kann also so eine Kreisbewegung im oder gegen den Uhrzeigersinn am äußeren Ring machen und so sehr angenehm durch den Film navigieren. Ich kann es auch wie gewohnt machen, indem ich hier einmal drauf tippe, um die Leiste einzublenden und kann dann nach links oder rechts wischen, um auch durch den Film zu navigieren. Aber ich finde, das geht wesentlich schneller und weniger präzise. Ich kann auch die Taste nach links oder rechts drücken, um 10 Sekunden vor- oder zurückzuspringen. So was ging eigentlich auch schon beim Vorgängermodell, hat aber meiner Erfahrung nach sehr unzuverlässig funktioniert. Hier funktioniert es deutlich besser. Und dann kann ich eben diese Kreisbewegung machen. Dazu muss ich mit dem Finger kurz am äußeren Ring irgendwo draufbleiben, bis dieses Symbol hier erscheint. Dann weiß ich nämlich, jetzt kann ich diese Kreisbewegung machen. Warum? Denn die Fernbedienung will erkennen, ist es eine normale Berührung, ist es jetzt eine Wischgeste, die ich da mache, oder ist es die Kreisbewegung. Und um das unterscheiden zu können, muss ich mit dem Daumen irgendwo am äußeren Ring kurz draufbleiben und kann dann diese Kreisbewegung ausführen. Und das ist definitiv die wesentlich präzisere Navigation als das hier, was dann wesentlich schneller geht. Ist eine Sache, an die man sich, finde ich, schnell gewöhnt. Was Apple aus dieser Fernbedienung komplett entfernt hat gegenüber dem Vorgängermodell, ist der Dreiachsen-Gyrosensor und der Beschleunigungssensor. Das heißt, zum Spielen kann diese Fernbedienung nicht mehr rein durch diese Bewegungssensoren genutzt werden. Nur noch über die Touch- oder Klickfläche oben. Da gibt es ja auch einige Spiele, die nur über die Touchfläche oder durchs Klicken gespielt werden können. Alle anderen Spiele muss ich aber jetzt hier mit einem Controller spielen. Aber da gibt es ja sowieso schon eine sehr breite Controller-Unterstützung. Jetzt aber genug zur Fernbedienung, komme wieder zurück zu Apple TV selber. Wir haben jetzt hier im Gegensatz zum Vorgängermodell einen neueren Chip verbaut, nämlich den A12 Bionic statt dem A10X Fusion Chip. Ein Chip, der mehr CPU-Leistung bietet, aber weniger Grafikleistung. Eine interessante Entscheidung von Apple. Aber man muss auch dazu sagen, bei so einem Chip, bei so einem SOC, gibt es wesentlich mehr Komponenten als nur CPU und GPU. In vielen anderen Hinsichten ist dieser Chip einfach um zwei Jahre weiterentwickelt. Was bedeutet das jetzt für uns in der Praxis? Bei so alltäglichen Dingen, beim Navigieren durch Apple TV zum Beispiel, würde ich sagen, dass es ein feiner Unterschied ist. Das sind ja sowieso Dinge, die nicht so viel Leistung brauchen. Und es ist dann eigentlich so wie bei einem neuen iPhone. Ein bisschen schneller fühlt es sich an, bei so einfachen Dingen im Alltag ein feiner Unterschied eben. Mehr wäre mir jetzt hier nicht aufgefallen. Höchstens würde ich jetzt mal sagen, dass man dann einfach mehr Leistungsreserven für die Zukunft hat. Also vielleicht in Zukunft, wenn da aufwendigere neue Funktionen hinzukommen oder an TVOS größer was verändert wird, dann hat man vielleicht einen kleinen Vorteil mit dieser höheren CPU-Leistung. Wie sieht es aber jetzt aufgrund der geringeren Grafikleistung bei Spielen aus? Wir gehen ja da sowieso von Benchmarkwerten der iPhones und iPads aus, wo dieser Chip verbaut ist. Zum Beispiel im iPad Air 2019 oder im aktuellen iPad 2020. Und wir wissen, auf diesen Geräten können wir mit diesem Chip alle Spiele im App Store und in Apple Arcade problemlos spielen. Und hier ist es jetzt auch nicht anders. Also Spiele laufen hier noch gewohnt gut und einen Nachteil gegenüber dem vorherigen Chip konnte ich ehrlich gesagt nicht bemerken. Muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der häufig auf Apple TV spielt. Eine wichtige Neuerung wird aber durch diesen Chip ermöglicht. Und das ist Unterstützung für 4K HDR Wiedergabe mit 60 FPS. Mit 60 Bilder pro Sekunde statt 30, wie es bisher war. Also Unterstützung für eine deutlich flüssigere Wiedergabe von 4K HDR Inhalten. Aktuell ist es aber so, dass wir noch kaum Filme oder Serien haben, die in 4K 60 FPS vorliegen. Also das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, da ist man für die Zukunft bestens gerüstet. Da kann ich zum Beispiel nur sagen, in der Red Bull TV App gibt es 4K HDR 60 FPS Inhalte. Da merkt man auch wirklich einen Unterschied. Der Unterschied zwischen 30 und 60 FPS ist ja sowieso einer, den man sehr deutlich merkt. Bei Filmen oder anderen Inhalten sieht es aber noch anders aus. Da gibt es zwar schon sehr viele 4K HDR Filme, aber eben noch nicht mit 60 FPS. Wo jetzt aber auch 4K HDR 60 FPS unterstützt wird, ist bei AirPlay. Ab den iPhones der 12er Reihe kann man ja Videos in 4K 60 FPS mit HDR Dolby Vision aufnehmen. Und nutze ich jetzt AirPlay, um dieses Video von meinem iPhone über das neue Apple TV auf dem Fernseher abzuspielen, finde ich, merkt man schon einen Unterschied. Ich wechsle jetzt mal hier direkt zum Vorgängermodell, zu Apple TV 4K der ersten Generation. Und ich weiß nicht, ob man es hier schon erkennen kann, aber es wird nicht so flüssig abgespielt wie beim neuen Apple TV. Es ist nicht so leicht, das zu zeigen, wenn ich den Fernseher mit der Kamera abfilme. Deswegen habe ich die nächsten Szenen mal mit 60 FPS gefilmt und dann um 50% verlangsamt, damit man das mal besser erkennen kann. Das ist Apple TV 4K der ersten Generation. Das Video, das ihr da eben seht, wurde mit 4K HDR 60 FPS aufgenommen. Und die richtige Wiedergabe davon sehen wir dann eindeutig beim neuen Apple TV. Also das läuft hier richtig schön flüssig ab, das sind dann die richtigen 60 FPS, die ich dann noch zu sehen bekomme. Also bei AirPlay merkt man das auf jeden Fall schon eben mit entsprechenden Videos. Eine Neuerung von TVOS 14.5, die ich euch hier auf jeden Fall auch noch zeigen sollte, ist, dass wenn man kein Dolby Vision nutzt oder nutzen kann, dann kann man den Weißabgleich des Fernsehers über sein iPhone kalibrieren. Aber nur für die Inhalte, die Apple TV wiedergibt, nicht für den kompletten Fernseher. Dafür braucht man ein iPhone mit Face ID mit mindestens iOS 14.5 und die hier gelisteten Apple TV-Modelle mit TVOS 14.5 unterstützen das dann. Bringe ich dann mein iPhone näher an den Fernseher heran, erscheint dieses Fenster hier, ich gehe auf Fort Fun, der Fernseher wird vorbereitet und ich muss dann mein iPhone mit der Display-Seite in dieses Feld hier hineinhalten. Nicht mehr als 2,5 cm vom Display des Fernsehers entfernt. Diejenigen, die Dolby Vision nutzen können, können sich dann überlegen, gefällt mir das Profil besser, was Dolby Vision nutzt oder das, was jetzt durch das iPhone kalibriert wurde. Jedenfalls habe ich dann hier einen Vergleich zwischen Vorher und Nachher. Jetzt seht ihr den Zustand vor der Kalibrierung und gleich werdet ihr es dann nach der Kalibrierung sehen. Und was ich hier eindeutig erkenne, ist, dass es wärmer wird, aber insgesamt natürlicher. Auch die Farben wirken realistischer. Und wenn man sich das jetzt einfach mal auch im Vergleich ansieht, stellt man fest, der Sand hat seine natürlichere Farbe. Mir persönlich gefällt er so auf jeden Fall so besser, aber das ist natürlich Geschmackssache. Man kann sich ja hier letztendlich immer noch entscheiden. Ansonsten unterstützt das neue Apple TV 4K jetzt auch WLAN 6. Das muss man dann wiederum natürlich auch aktiv ausnutzen, um von den Vorteilen davon zu profitieren. Aber sofern es dann irgendwann mal so weit ist, ist man hier mit Apple TV dafür gerüstet. Eine der wichtigen Eigenschaften von Apple TV ist ja, dass es auch eine Smart Home Steuerzentrale für Apple HomeKit sein kann. Und das neue Apple TV 4K unterstützt jetzt Thread, was für die Zukunft des Smart Homes natürlich sehr wichtig ist, für eine bessere Vernetzung im Zuhause. Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, wollte ich hier nur kurz erwähnt haben. Hinter HDMI steckt jetzt hier HDMI 2.1, was ja 4K 120Hz unterstützt. Das ist aber hier softwareseitig unter Anführungszeichen noch nicht freigeschaltet, oder eine softwareseitige Vorbereitung gibt es hier noch nicht. Da bin ich natürlich gespannt, was in Zukunft hier daraus gemacht wird. Übrigens haben mich inzwischen schon einige gefragt, welches HDMI-Kabel ich eigentlich bei meinem Apple TV nutze. Ich nutze dieses hier von Belkin. Das ist eines, wo ich sage, da kann man auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren ganz oben. Zusammengefasst bin ich hier also der Meinung, die große Neuerung ist für mich die Fernbedienung. Apple TV selber ist es jetzt nicht unbedingt, obwohl sich dann natürlich auch hier und da einiges verändert und verbessert hat, aber nichts, von dem ich aktuell im Alltag richtig profitieren würde. Man ist damit einfach für die Zukunft besser gerüstet. Es wurde technisch auf den aktuellsten Stand gebracht. Ein Umstieg vom ersten Apple TV 4K würde sich da wahrscheinlich für die meisten nicht lohnen. Würde ich noch kein Apple TV 4K besitzen, würde ich wahrscheinlich langfristig gesehen gleich zur zweiten Generation greifen. Aber das muss ja sowieso jeder für sich selber überlegen. Ich hoffe jedenfalls, mein Review hat euch gefallen und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.